Ich will ihn am Leben verlassen. Wieso? Wer war es? Ich will das verdampfen. Die Bankstelle frei. Ich will ihn. Ich will ihn am Leben verlassen. Ich will ihn am Leben verlassen. Ich will ihn am Leben verlassen. Wir kennen deine Züge, bevor du sie kennst. Wir wissen, wie du denkst. Dann weißt du sicher auch, was ich jetzt denke. Natürlich. Du überlegst, wer zur Hölle ist dieser Kerl. Nein, ich überlege gerade, wen von euch ich zuerst ausschalte. Nur damit wir uns verstehen. Ich habe ernsthaft vor, dich zu töten. Aber vorher will ich dich leidend sehen. Haben die Zielpersonen? Sag das Zauberwort und ich bringe es zu Ende. Gotham wird unser sein. Du verstehst nicht. Bei diesem Kerl gibt es keine zweite Chance. Wir haben mich umstellt. Eben auf. Das muss der Wohle. Das muss der Wohle. Das war unglaublich. Ich dachte schon, die bringen uns beide um. Sie sind in Sicherheit. Du kennst nicht mal die halbe Wahrheit, Batman. Scarecrow war... Bleiben Sie ruhig und sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben das Werk stundenlang betrieben. Sie haben Trucks hergeschafft. Waffen, Soldaten, Ladungen hochgefährlichen Materials. Sie wussten genau, was Sie tun. Er produziert Unmengen von seinem Toxin. Es ist übel. Richtig übel. Wir reden hier von einer Gaswolke, die die gesamte Ostküste bedecken könnte. Wo finde ich Scarecrow? Ich... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seinen Plan durchziehen wird. Und eine verdammte Armee im Rücken hat. Wir sind geliefert, Batman. Ich halte ihn auf. Aber erst bringe ich Sie hier raus. Warten Sie beim Batmobil. Hast du Scarecrow gefunden? Noch nicht. Es ist schlimmer als gedacht. Wie viel schlimmer kann es sein? Er baut eine Bombe, mit der er die ganze Ostküste mit Angsttoxin überziehen kann. Verschwindet von hier. Riegelt das GCPD ab. Bleibt im Gebäude. Ich werde meine Männer abziehen, aber ich gehe nirgendwo hin. Bring jeden, den du findest, zu mir. Jim, es ist zu gefährlich. Du hältst ihn auf. Das weiß ich.